War das komisch gestern? Was meinst du? Mit Friedrich und mir. Nein. Das Gefühl bricht gerade alles zusammen. Ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Also du musst ja gar nicht niemals sein. Was ist es? Wir sind in den Garten, Leute. Wir sind in den Garten. Ich bin in den Garten. Stop, ich bin in den Garten. Wir sind in den Garten. Bye. Vielen Dank. Vielen Dank.